Superstars, kann die Meister werden Superstars? Wir bestellen uns jetzt Frühstück in Tampa und das in Tampa So Freunde, wir haben jetzt unser erstes Essen Avocado Toast in Tampa, also hier in Tampa Yo, wir waren grad shoppen Wir wurden eingeladen von 2K Games, die uns jetzt erstmal das neue WWE 2K24 zeigen heute Und dann fahren wir wieder, reicht ja auch so als Ripp Gleichzeitig wäre jetzt noch das Royal Rumble hier, wäre geil geworden, aber dann endet auch das Video Tatsächlich wurden wir zum Royal Rumble eingeladen Also wir dürfen, also ich vor allem darf gleich das neue WWE 2K Games tatsächlich testen Bin übrigens nicht so gut mit dem Handy, deswegen wackelt Heute Abend sind wir beim Royal Rumble Für mich ein absoluter Lebenstraum Ja, ich bin seit 28 Jahren Wrestling Fan Konnte ich übrigens auch mittlerweile übelste Wrestling Fan Die Superstars, die sind alle super nice Rhea Ripley, bei mir ist sie im Punk aktuell Und Cody Rhodes Früher halt noch die ganzen alten Klassiker, kommen wir vielleicht später nochmal zu Auf jeden Fall fahren wir jetzt zu unserer ersten Station Gucken uns das neue Game an Treffen wahrscheinlich sogar ein Superstar Jetzt gibt's ein paar Schnittbilder Tschüss Ihr könnt es nicht glauben, wir sind gerade in Tampa, Florida Vielen lieben Dank an 2K für die Einladung Wir sind hier gerade im Hilton Hotel in St. Petersburg Da werden wir das neue Computerspiel antesten Ich werde immer aufgeregter, je mehr Steps wir quasi machen Jetzt gibt's ein paar Bilder, wir sind excited Wir sind jetzt hier gerade, wie gesagt, bei dem Event Moin, jetzt seht ihr es, ne? 2K24, du darfst als einer der ersten Auch, glaub ich, als erster Deutsche weltweit gefühlt I don't know Da sind wir natürlich jetzt hier gerade, wie gesagt, bei dem Event Ich muss ein bisschen aufpassen, weil gleich kommen die Superstars hier Aber natürlich da hin Aber ich darf jetzt hier auf jeden Fall schon mal antesten Übrigens, wenn die Kamera ein bisschen zittert, das liegt daran, dass das Stativ menschlich ist Und Conny heißt Ich tue mein Bestes Wir werden jetzt hier ein kleines Showcase-Match spielen Oh, mein Kindes Aber man hat direkt wieder Bock mehr zu zocken Weißt du, jetzt ist er einfach in diesem Corner Nämlich den 20 Mal von Cody Das ist einfach kein gutes Teamwork, was wir hier machen Weißt du, wie oft sollst du den noch kürtig gehen? Jetzt hat er einmal gespielt Oh mein Gott Bist du wieder draußen? Oh, oh Hier ist nämlich Cody Rhodes Schon mal hier kurz einmal reingekommen Einer meiner Favorites Wer ist noch da? Wir haben hier eben gerade hier von beiden auch schon Wir sind drei Meter von hier Ja, Mia Ripley haben wir auch schon gerade kurz sehen können Roter Teppich, Red Carpet Da werden sie wahrscheinlich gleich auftauchen Das Excitement ist da Leute, so kennt ihr mich nicht, aber ist auch scheißegal, der ist einfach geil Wie fühlst du dich an in Rumble? Ich weiß nicht Wie du nicht wissen, ist es? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht War Rumble ist mein Lieferant Und ich wollte dich fragen, was du dein Lieferant ist? Ich denke, es ist die War Rumble, auch Ja Und es ist mostly weil ich mit meinen Ausländern und 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 mit meinen Ausländern wie ich in den letzten Jahr Ja, so Es ist einfach nur Aber ich glaube, es wird einfach ein Ding von meinem Ausländern Ja Ja Aber ich wollte dich fragen ob es eine Art in deinem Historie oder in deinem Karriere du nicht mag oder du nicht magst oder du nicht magst oder ist das dein persönliches Best Art dein persönliches Best Art gerade jetzt? Ich denke, dass ein unterrated Art in unterrated period of time ist das, was ich was zu sagen Un-Dash Ich glaube, es ist nicht genug so far als wir wirklich zu der Top der Ladder und natürlich nicht gett Stardust ist ja aber ich glaube, es ist sehr gut aber ich glaube, es ist nicht Tag-Team-Wrestling und ich habe gewonnen Tag-Team-Projekte 1,000 Mal ich nicht es ist ich es ich es es aber ich ich es ich ich es 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 die Das ist groß! Es ist kein Schöpfe, ich weiß nicht. Es ist kein Schöpfe. Wir haben zwei Siders, wir können vorgehen. Wir haben heute Rumble. Es ist immer für eine Überraschung. Was war dein Traum? Female Wrestler, heute in Rumble? Es ist wirklich hart. Aber ich habe ein Traum. Es ist hart. Das ist einfach, ich liebe die Rumble. Ich habe diese auch diese matchups. es gibt noch nicht mehr, die in Smartphone Siders. Das war mein Rumble. Ich bin in Rumble. Wir sind halt in Rumble. Ich bin in Rumble. Ja. Ich bin in Rumble. Die Rumble in Rumble. Was waren so wichtig. Sie sind einfach, aber ich liebte die Rumble, aber ich liebte es auch gerade, Sie hat mich mit ihnen zusammengefasst. Sie hat mich mit der Zeit. Sie hat mich mit der Zeit. Was ist dein Lieblings-Life event? Ist es die Rumble? Ist es WrestleMania? Was ist es für dich? Es ist schwer zu wählen. Ich fühle mich, dass ich jede größte Sache in der Welt bin. Ich könnte sogar sagen, dass mein Match mit Tiers Sky und die 2.Medal-Ibalses machen. Das ist eine der Matches, die mich in Englisch hat. Das ist eine gewisse, die ich aus dem Ganzen bin. Ich bin zu jedem, dass ich mich überrascht. 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 Es ist schwer zu wählen. Ich bin zu WrestleMania 33. Ich bin zu Frieden. Ich bin zu Charlotten, und die Wann der Champions. Das ist definitiv das, was ich sagen. Es ist wirklich schwer zu wählen. Cheers, thank you. Thank you for sharing. Cheers! Showcase Part 2 So, ich muss irgendwie hinter ihn kommen. Oh no! Oh man, Cody! Oh, das kann ich, ich kann das nicht. Let's go. Du gehst direkt auf Small hier, Randy. Aber Randy, du gehst auf Small. Und ich fühle ihn eigentlich schon direkt. Okay, was immer ich mit ihm gemacht habe, hat wehgetan. Uh, schönes Knie in die Presse. Und rein damit. So, open. Da wurde der Kahn gerade schön aufgemacht. Oh, jetzt ist er drin. Oh, jetzt ist er schon drin. Ja, war ereignisreich. Wir haben es gerade gezeigt. Generell, die Superstars waren super nice. Natürlich hatten die jetzt nicht ewig Zeit, weil auch viele Leute mit den quatschen wollten. Aber dass wir unseren Special Moment, auch so einen Personal Moment hatten, war auf jeden Fall super cool. Und ich bin auch noch übelst am Verarbeiten. Ich muss sagen, es ist jetzt schon ein übelst ereignisreicher Tag gewesen. Und wir fahren ja jetzt gleich erst noch zum Royal Motherf***** Rumble. Deswegen, das war jetzt nur die Aufwärmphase eigentlich. Das ist so verrückt. Also es war bis jetzt schon ein absolutes Highlight. Wenn jetzt das Event vorbei wäre, wäre auch okay irgendwie. Ja, absolut. So, kind of. Aber natürlich will ich natürlich auch ein bisschen catch in sehen heute. Und deswegen freue ich mich natürlich total heute Abend aus Rumble. Wir werden uns das dann nochmal frisch machen. Und dann geht es auch tatsächlich per Shuttle schon zum Event. Und dann könnt ihr euch den ganzen Bumse auch angucken. Also hier an dieser Stelle mal zwischendurch. Okay, danke fürs Einladen. Also wirklich. Ja, also das ist für mich einfach so a dream come true. Ich bin so lange schon Wrestling Fan. Und dass ich jetzt hier so mit alten Idolen, eben ist auch noch Jim Hart, hier einfach so casually reingelaufen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Übelst den nicen Fokuhila. Und der hat er immer noch. Also den lässt er nicht sterben. Und der ist hier eben so ein bisschen noch durch mich hingelaufen. Wegen Fokuhilas back. Ja. Und ja, wir sehen uns gleich in der Arena, Leute. Ja! Florida! So, jetzt stoßen wir an. Prost! Im Tampa beim Royal Rumble. Oh, normal. Na Leute, ich bin jetzt hier beim Royal Rumble angekommen. Hier ist der Ring, der ist wirklich 15 Meter von mir entfernt. Das ist komplett insane. Wird gerade live übertragen. Das ist komplett insane. Da stehen die Kameras. Ist komplett insane. Für mich ist das wirklich ein Dream come true. Mal schauen, wie es flirrt. Man sieht auch hier, ne, alle voller Leute hier. Komplett, komplett bescheuert. Komplett bescheuert. Das ist der Wahnsinn. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 5, 7, 6, 7, 8, 3. grape120. SDF Oh, oh shit! Oh, oh man! M.A. Wrights! Yeah! 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 Yeah. I'm out of here! Woo! 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 So I call the portal! I call the portal! Here's my time! Here's my time! Ich bin der Welt. Du wirst das nicht mehr? Do you know what tool is? Es ist ein Faktor! Wooo! Jody! 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 Wir sind ein Faktor! Wir sind ein Faktor! Ich bin der Welt. Ich bin der Welt. Es ist ein Faktor! Ja, es ist ein Faktor! Oh! 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 Be at 1! Be at 1! Oh! 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 So, das war's jetzt vom Royal Rumble. Ihr seht, die ganzen Leute gehen nach Hause. Conny und ich sind im Arsch. Aber positiv. Aber positiv im Arsch. Und ja, war auf jeden Fall ein geiles Event. Danke nochmal an 2K, die uns hier eingeladen haben. Also ganz, ganz große Dankeschön für mich. Auf jeden Fall ein Once in a Lifetime Event. Ja, wir sehen uns dann demnächst. Wir gehen jetzt drei Tage in die Eistonne und dann sehen wir uns wieder. Tschüss.